Hier an der wandlungsfähigen Montageanlage können wir einfach zeigen, wie Wandlungsfähigkeit in der Produktion funktionieren kann. Dazu können wir zeigen, wie verschiedene Schnittstellen aufgebaut werden, um einfach eine gewisse Flexibilität in der Produktion zu ermöglichen. Das machen wir beispielsweise in verschiedenen Ideenwerkstätten, Workshops oder wir können uns direkt hier vor der Anlage treffen und genau diese Punkte durchsprechen. Untertitelung des ZDF, 2020